Was hast du, Uwe, gedacht, als die Kollegen ankamen und gesagt haben, wir wollen hier jetzt mal ein Fest machen, wir wollen jetzt mal ein Open Air machen? Nein, wir waren ja, er kam ja immer bei meinem Sohn, der eine Heidelungspalade, er war hier immer auf, wir waren Freunde. Und ich hatte die Koppel daneben an, ne, und er sagt auch, Mensch, wir wollen da Party feiern, Uwe, was für's haben für die Koppel, ich brauche nichts, man kann die Autos rauf, ich komme mit zum Feiern. Na, das war das erste Jahr. Uwe setzt immer Priorität hin. Genau, das war das erste Jahr. Ja, da waren da vielleicht 200 Autos, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr waren da 2000 Autos. Oh ne, wenn er mal 2000 gewesen wäre. Aber, 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 die, aber, die Koppel war voll Müll. Ja, voll Müll. Du, die haben Müll gemacht für 2000, so musst du es schreiben, so musst du es schreiben, die haben Müll gemacht für 2000 Autos, aber Geld hatten wir für 200. Naja, ich bist doch in der Lieden, Junge. Ja. Gehen, gehen. Ja. 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 Ja.